Das Ich ist ein deutschsprachiges elektronisch-symphonisches Musikprojekt, das besonders in der schwarzen Szene rezipiert wird. Geschichte Frühe Jahre bereits 1984 startete Bruno Kram seine musikalischen Aktivitäten unter dem Projektnamen Decorated Style. 1986 rief er die Formation Fahrenheit 451 ins Leben. Mit diesem Projekt nahm der für das Ich bekannte Sound allmählich Gestalt an. Aus Fahrenheit 451 ging später wiederum das Projekt Alvano Wallis hervor, dessen Titel bislang nur auf einzelnen Compilations veröffentlicht wurden. 1986 war auch das Jahr, in dem sich Bruno Kram und Stefan Ackermann in der Bayreuther Diskothek Crazy Elephant kennenlernten. Sie gründeten 1987 DK Sekunden Projekt Dying Moments mit den weiteren wechselnden Mitstreitern Stefan Pickel und Peter Mayer. Das Ich musikalisch zwischen Wave und elektronischer Punkmusik einordnen ließ. Die Texte wurden in deutscher, englischer, französischer oder lateinischer Sprache vorgetragen. In dieser Zeit entstanden zwei Musikkassetten, die jedoch nur in geringer Auflage erschienen sind. Das Ich wurde offiziell 1989 in der Besetzung Bruno Kram und Stefan Ackermann in Bayreuth gegründet und zählte Anfang der 1990er Jahre zu den wichtigsten Vertretern der neuen deutschen Todeskunst. Einzelne Titel wie Lügen und das Ich, Sodom und Gomorra oder Gottestod sind in ihren Rohversionen allerdings schon 1988 entstanden. Als Plattenfirma dient das Bruno Kram eigene Label Danse Makabre. 1991 erschien Die Propheten als erstes Album, nachdem einige Tracks vorab auf der EP Satanische Phase veröffentlicht wurden. Die Propheten enthält noch viele Stücke im synthetischen Neoklassik-Stil und die Titel »Gottestod« und »Kain« und »Abel«, die in der schwarzen Szene zu den Inverbleks zählen. Bis zur Veröffentlichung des zweiten Albums »Staub« 1994 vergingen drei Jahre. Dies erklärt sich durch die Biografie von Bruno Kram. Das erste Danse Makabre-Label brach auseinander und Kram musste durch ständige Auftragsarbeit erst die Restschulden des Unternehmens abarbeiten. »Staub« gilt unter vielen Fans als das nihilistischste und schwärzischste Werk der Gruppe. Musikalisch war die Verknüpfung von Klassik und Elektronik hier in der Form ausgeprägt, wie sie bis heute als typisch für das Ich gilt. »Feuer« ist das einzige Live-Album der Gruppe. »Das innere Ich« war der Soundtrack des experimentellen Films »Das innere Licht« und enthält außer »Bin ich es denn« keine gesungenen rhythmischen Tracks. Die Erstauflagen all dieser Werke sind heute durch den Konkurs des Plattenvertriebs EFA nur schwer erhältlich. »Egodram« wurde über das Major-Label »Motor Music« veröffentlicht, was bei einigen Anhängern auf herbe Kritik stieß. »Destillat« ist das bekannteste Lied von »Das Ich« und beendet normalerweise die Lübe auftritte. Hierfür wurde auch zum ersten Mal ein Videoclip produziert. Es wurde auch von VNV Nation Gary mixt. Da das Album kommerziell hinter den hohen Erwartungen von »Motor« zurückblieb, wurde die Zusammenarbeit nach dieser Veröffentlichung wieder beendet. Das im gleichen Jahr erschienene Morgen ist eine Vertonung des gleichnamigen Gedichtbands von Gottfried Benn, der von das Ich schon mehrmals in einzelnen Tracks zitiert wurde. Aktuell im Jahr 2011 erkrankte der Sänger Stefan Ackermann so schwer, dass das Eröffnungskonzert auf dem Leipziger Wave-Gothik-Treffen und der Auftritt beim Amphi-Festival ohne ihn stattfinden mussten. Die Band wurde bei ihren Auftritten von befreundeten Künstlern unterstützt. Anfang 2012 kam die Nachricht, dass es Stefan Ackermann wieder besser gehe und er die Hirnblutungen soweit gut überstanden habe. Nach Genesung von Ackermann gab die Band im Rahmen des Wave-Gothik-Treffen im Mai 2013 ihr Comeback bekannt. Texte Das Ich verfassen ihre Liedtexte durchgehend in deutscher Sprache. Einzige Ausnahme ist die englische Übersetzung »The Awakening« des Titels »Krieger«, der 1997 für den Soundtrack des Computerspiels »Wing Commander. Prophecy« produziert wurde. Mit ihrer Muttersprache wollen sie das Ziel erreichen, in ihren Texten etwas möglichst direkt ausdrücken zu können. Außerdem schätzen sie an der deutschen Sprache die Möglichkeit der sehr harten Artikulation. Stefan Ackermann schreibt die Texte, nachdem Bruno Kram die Lieder komponiert hat. Zuvor besprechen sie gemeinsam die Thematik des gesamten Albums. Für Stefan Ackermann ist die Musik seine Inspiration und die Bedingung für den sprachlichen Stil der Liedtexte von »Das Ich«. Diese haben eine sehr bildliche Sprache, die dem Hörer Spielraum für Interpretation lässt. Seit der Anfangszeit der Band ist die kritische Auseinandersetzung mit dem Christentum und den Texten der Bibel ein wichtiges Thema für das Ich. Nach dem Debüt »Satanische Phase« und dem darauffolgenden Album »Die Propheten« kehrten sie 2002 mit dem Album »Antichrist« zu diesen Wurzeln zurück. Die Anlehnung an Friedrich Nietzsche, dessen Werk für Kram eine große Bedeutung hat, ist unverkennbar. Bei den neueren Alben werden zunehmend auch persönlichere Gefühle in die Texte eingebracht. 1998 erschien das Album »Morge«. Mit diesem Album hat das Ich-Lyrik des expressionistischen Dichters Gottfried Behn vertont. Ausgewählt wurden die Texte aus dem Werk »Morge« und andere Gedichte von 1912. Bereits auf den Alben »Staub« und »Egodram« haben das Ich einzelne Gedichte vertont. Es handelt sich um »Verfall« von Georg Trakl und »Blutquell« von Schalzbau der Lehr. Veröffentlichungen Das Ich 1990 Satanische Verse 1991 Satanische Verse Jericho 1991 Die Propheten 1994 Stigma 1994 Staub 1995 Feuer Live Album 1995 Die Liebe zusammen mit Atrocity 1996 Das Innere Ich Soundtrack 1998 Kindgott 1998 Egodram 1998 1998 Destillat 1998 Morge 1999 Re Kapitulation LTD Best of Album für die USA 2000 Re Laborat Re Animat 2002 Antichrist 2002 Momentum 2003 Relicht 2004 Lava Glut 2004 Lava Asche 2004 Lava US-Edition 2006 Cabaret 2006 Cabaret Limitierte Version Limitierte Version mit CDS Cabaret und Variete und DVD Panoptikum 2007 Addendum Remastering 2007 Alter Ego 2008 Cannibale 2009 Die Propheten Re-Release 2010 Antichrist Edition Re-Release 2011 Ego Dram Kompilationen Beiträge 1991 Ein Tag vergeht 1992 Irrlicht 1993 Sonne, Mond und Sterne 1995 Dämich den Traum 1997 The Awakening Kompilationen Beiträge 1991 Astaukame 1992 Demimonde 1994 Pre-Eye Don Kompilationen Beiträge 1990 Skert Kailas 1990 The Tempest Romanesque 1991 The Tempest Romanesque 1995 Solro en Pein Kram 2001 Kör